Ich stelle hier vor die Lunar Serie 2. Das ist ein Pferd von 2014. Als erstes kommen wir zu einer halben Unser von 2014. Dann kommen wir zu einer Unser. Dann das zwei Unser Stück. Das ist fünf Unser Stück. Unser guter Schluss ist zehn Unser Stück. So, das war der Lunarsatz zum Pferd von 2014. Bis zum nächsten Mal. So, das ist ein Pferd von 2014. So, das ist ein Pferd von 2014.